Ja? Gut. Wenn ich sie nicht einzeln wegbringen muss wieder. Jetzt ist die Banden zurück. Nehmen wir natürlich an. Oh, was höre ich hier glitzern? Eine Feder! Juhu! 24 Stück schon. Das ist doch... Naja. Immer noch keine ganze Hausnummer. Aber immerhin ein Anfang. Nech. Jetzt braucht... euch eure Stadt. Ja. Musste gerade überlegen ob das grammatikalisch korrekt ist. Warum habe ich nicht beide gleich? Scheiße man. So, jetzt muss ich die wahrscheinlich auch noch raus begleiten. Oh, die sind aber schnell rausgekommen. Nein! Geil! Wahrscheinlich können sie nicht mehr als, ähm... Vier gleichzeitig... Ähm... Also vier KIs gleichzeitig, äh... Mit mir... Gehen zu lassen. Deswegen ist das wahrscheinlich so ein bisschen... Äh... Verkürzt. Deswegen sind einige zurückgelaufen. Meine Fresse, was labere ich hier bitte für ein Bullshit? So, wollen wir mal was witziges machen? Ähm... Oh, da kann ich... Sack! ZU EINFACH! Alter, wie viel hier los ist, man. Sehr schön. Jawohl, und weitere Männer befreit. Wenigstens muss ich die nicht wegbegleiten hier praktisch. Oh, oder geht's doch mit acht oder mehr? Ja, KIs. Oh, geil, tatsächlich. Ich dachte, bei einigen Spielen ist das ja... wird das ja verringert praktisch. Ach, hier war ich schon drin. Ich dachte, da drin wäre noch eine Schatztruhe. Bei einigen Spielen ist es zum Beispiel auf drei limitiert. Das hängt ganz von der Engine ab, ob die das schafft. Nicht? So, hier lang, da lang. Hier lang. Oh, verdammt. Piss, ne, älke, du stinkst! Na, jawoll. Na. Jawoll. Anonym werden Schade, noch mehr Hilfe hätte ich ganz gerne Oh ja, hab ich jetzt zwölf Wir gehen mit euch, gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten Wer geht mit uns? Achso, ach das war's, okay 4000, jawoll Geilo Das ist doch schon mal Oh, ein bisschen unachtsam gewesen, was Oh, verdammt Scheiße Jawoll, der Decke ist schon mal erledigt Alter, das Schwert ist so geil, einfach nur So, wenn wir die hier schon erledigt haben, plündern wir auch gleich hier die Bude aus Das Büro oder was das auch immer hier sein soll 1000, okay Plus dem, was wir in Monteregioni haben, haben wir wieder einiges zusammen Mal wieder, schon wieder Das geht aber auch ruckzuck hier So Da unten Okay, hole ich mir natürlich auch gleich noch Ist ja nicht weit weg Hopp, hopp, hopp Jawoll, ja Ah, er macht gerade mit Bianca rum oder was Und gut gemacht Mein Heer erstrahlt in altem Glanz Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenane? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren Ich habe einen anderen Plan Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten Essato heißt wahrscheinlich exakt, würde ich jetzt mal aus dem Kontext schließen So Es geht weiter Position beziehen Söldner zu strategischen Zielen eskortieren, die von Bartholomeo markiert wurden Okay Anjama Hopp, hopp, hopp Das können sie doch wohl, ne? Ups Alter Kommen die auch hinterher? Ja, langsam kommen sie Oh, Gruppe wird angegriffen Mitten rein in die Schlägerei Oder Messerstecherei in den Kampf Haha Und ein zweites Arschloch gestochen Arm gebrochen Und Ach, ja Immer wieder geil So Wo geht's lang? Hier lang Alter Die können kaum mithalten So Das dazu Das hätten wir geschafft Und dann würde ich sagen Wahrscheinlich der nächste Punkt Wartet hier auf mein Signal Wie ihr wünscht Ja Ja, so wünsche ich Aus dem Weg Drei weitere Ziele Vielleicht hätte ich ihn vergiften sollen Das hätte ich gerne mal gemacht Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht So Hier rüber Hier runter Warte Jawohl Zwei hätte ich Jawohl Wird erledigt Ach, der hat doch den Pfeil im Bauch bekommen Der Hain, oder Zwei Ziele eliminieren Noch Two to go So, das kriegen die doch wohl hin, ne? Jawohl Nice Auch das haben wir Wahrscheinlich gleich noch ein Ziel eliminieren Ja, wie sollen die denn ein Zeichen bekommen? Per Funk Oder was? Na, während die sich schon was ausgedacht haben Vielleicht ein kleines Feuerwerk oder so Wär ja cool Was? Du? Ich? Hund? Ich will doch gar nichts von dir So Hier rüber Triple kill Nein Multi kill war das sogar Das war ein 4, ne? Ach, meinst du? Das regel ich mal kurz Ach, kann ich den jetzt nicht mehr bestellen Dann hat das wirklich 500 gekostet Scheiße Schöne, unsaubere Landung gemacht So Und hier dran kann ich mich jetzt wirklich gar nicht mehr erinnern Also das mit Bartholomeo kannte ich schon Aber ins Arsenale bin ich, glaube ich, nie rein Das heißt Ab jetzt Es ist blind So, und bevor ich hier reingehe Zu dem Heino Mal nochmal eine kurze Pause Bis gleich So Ich bin wieder zurück Und wir klopfen an Und ich bin ruhig Und trinkt was Ah Da seid ihr ja Ist das getan? Ja Alle eure Männer sind in Stellung Bene, bene Nehmt dies Ihr wisst ja, wie man damit umgeht Findet den höchsten Punkt im Bezirk Schießt es von da aus ab Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen Nun gut Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld Das werdet ihr Mit sowas habe ich schon gerechnet So ein schickes Feuerwerk Zwei Fliegen Eine Klinge Okay, ich bin gespannt Denn das Signal Daran kann ich mich jetzt wirklich überhaupt nicht erinnern Zusätzlich Also werde Wird es ab jetzt blind sein Das heißt Falls noch irgendwas Besonderes kommt oder so Ah Der Kirchturm hier Da waren wir ja schon einmal oben Von dort aus sollen wir das also abfeuern Ab, 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 ab Kinderspiel Jawohl Jawohl Hier müssen wir hoch Jetzt bloß nicht runterfallen Dankeschön Von der Spitze aus Oh yeah Geil Ui Nice Äh Wenn eine Handvoll Männer Ärger machen Ich meine So viele waren das ja nun nicht Okay Es sind mehr Oh Und er nimmt es Bartholomeo nimmt es mit Wie heißt der noch gleich Bartholomeo braucht meine Hilfe Ja Okay Das war aber knapp dran vorbei Warnung Sperrgebiet So Jetzt können wir endlich diesen Scheiß Wichser da killen So